Schön, dass ihr hier seid. Wunderbar. Chris Offenberg. Ey, Wahnsinn. Einfach ganz, ganz großartig. Wir feiern unser Weihnachten einfach. Wir verlängern das hier in der Messehalle und haben viele alte Songs wieder in die Setliste gepackt. Ihr merkt schon, wir fangen ein bisschen ruhiger an. Haben auch einige Überraschungen parat. Ich sage Bescheid, dass ihr vorher auf die Lette gehen könnt, damit ihr das nicht verpasst. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier seid, zu Hause, in meiner Heimatstadt, in Erfurt, in der Messehalle, zu Weihnachten. Ich freue mich. Ich habe schon so oft überlebt, wie der Rest, wo wohnt und wer wohnt, wo er am besten fasst. Manchmal brauchst du, weil ich tue, dass du verstehst, die Leute, die du kennst, du meinst die Besten, die du machst. Ich führe mich. 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 In die Erfahrung, die du noch nicht hast Ich für meinen Teile in Mainz Erholte mir ins Blut von Freunden Euch alle zu sehen Sobald die Türen aufgehen Mir werden Lächeln scheinen Dass ich die Welt des Großes verbrauche Wo man nirgends ruhig geht Sprung, wo man nirgends ruhig geht Es gibt n27, mich gute Musik geflescht Doch im Regen draußen flätsche Bei weiß ich gleich, geht es mir besser Es gibt n27, die Zettel Du einst supergeschlecht im Wetter Schreifzone aus meiner Box über die Däste Es gibt n27, ich gute Musik gefälscht Für jeden Tag, wenn ich guck, ich glücklich gefballte Wie kann ich vielleicht, geht es mir besser Es gibt nahh schwach. Es gibt n amendments, es gibt nixes Glück Mein Freund wert ist das supergeschlecht im Wetter Ambulat sind weite 34 Sex Es gibt ngubern, ich guck, ich glücklich закры Doch entgegen tausend Blödschaft, was ich durch den Kiff verpresse Es gibt nur die Wäsche, die sich selbst verschleiten weiter Streit von der Haus meiner Box über die Dächer Es geht nur gut, wenn ich kude Musik geflasht Es geht nur gut, wenn ich kude Musik geflasht Es geht nur gut, wenn ich kude Musik geflasht Es geht nur gut, wenn ich kude Musik geflasht Kiss on them Yes WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nein, 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 nein